guten morgen zu einer weiteren ausgabe von work of sirens lieblingsalben von 1969 bis 2021 heute mit dem jahr 2018 und 2018 ist für mich ein jahr ja in dem also es sich anbietet für mich ein bisschen über alte helden zu sprechen also klar jetzt wie mache ich das zeige ich euch jetzt erstes album und quatsch dann über alte helden und ja gut ich habe sie im endeffekt schon verraten heute ist eine band dran für mich die stellt mein lieblingsalbum des jahres die eben zu diesen alten helden gehört und in diesem jahr musste ich abwägen ich meine man muss jedes jahr ein bisschen abwägen aber es waren mehrere alten alte helden am start zum beispiel judas priest mit firepower und im gegensatz zu redeemer of souls das schon ein gutes album war also ein unerwartet gutes album nach dem komplett ausfall nostradamus haben sie mit firepower durchaus noch mal einen draufgelegt und wirklich wieder erwarten wieder erwarten kk downing ist das zweite album absent aber wie gesagt wie ich es auch schon öfters gesagt habe richie faulkner macht seine arbeit ziemlich gut und bei judas priest war es ja immer so dass eigentlich glenn tippten der techniker von den beiden gitarristen war während kk downing doch eher so noisy stoff irgendwie so zwischen töne und töne reingebracht hat also einen aggressiveren stil vertreten hat so wie auch immer firepower krankt dann meiner meinung nach an dem an ja es ist andy sneep im studio andy sneep nix gegen die steppe ist ein hervorragender produzent aber im endeffekt es sind 14 songs drauf und irgendwie sind gut produziert heutzutage ist alles gut produziert aber 14 songs sind zu viel es beginnt ganz gut und lässt dann einfach nach ist einfach so es ist schuldes priest aber kann meiner meinung nach auch wenn es ein überraschendes gutes album war nicht an die alten helden taten heran reichen und da wird europa fort klingt klasse das muss man sagen trotz seines alters aber mehr ist über dieses album für mich eigentlich im endeffekt nichts zu sagen sondern es krankt an dem an dem eben viele moderne produktionen kranken es hat sich alles gleich an es wenn du auch nicht singen würde würde man nicht hören dass es judas priest ist trotzdem gutes album alte helden noch mal zur noch mal die zweite luft bekommen was an andy sneep liegen mag der hat ja damals der der britischen kultband hell zur zweiten luft sozusagen verholfen und natürlich böse zungen gehen dahinter sagen tipton hätte die solis gar nicht mehr selber gespielt sondern sei andy sneep im studio der den gitarristen hier unter die arme gegriffen hat downing obwohl er aus der band nicht mehr mit der band nichts mehr zu tun hat hat aber dem widersprochen hat gesagt doch er hört eindeutig tipptons gitarren spiel hier das wären alles nur böse verleumdungen aber wenn ich mir das album so anhören ich ja ich für nicht eindeutig tippten da also es könnte genauso gut an die sneep sein wir wissen es nicht bleiben wir mal dabei sind ist tippten und forkner in diesem getan du hätte feier power mehr muss ich über dieses album in dem ja nicht nicht sagen dann seiten mit cruel magic zum beispiel das ist auch seiten eine der klassischen new wave of british heavy metal bands und das ist das mit cool magic ist das dritte album gewesen nach ihrem comeback 2013 und seiten klingt eben anders wie judas priest die diesen plastik sound halt haben die jede band hat oder zumindest 95 prozent aller bands heute haben seiten klingt wie seiten man hört sofort das ist seiten das ist seiten älter gereift aber du hörst sofort seiten seiten die gitarrenarbeit gesagt alles da und seiten ist eine ja eben der ja das ist das ist das herz des metals aber es hat dann trotzdem also meine entscheidung heute ja ist hätte durchaus seiten sein können aber ist es eben nicht geworden wir hatten noch gucken wir mal weiter ghost haben prequel gemacht und ja ihr hört richtig groß herausragende musiker herausragendes songwriting über die konzeption sprechen wir irgendwann ein anderes mal mit prequel ein herausragendes album von ghost felds warning mit live over europe also dass man auch mal ein live album nennt und ja das waren so der was war so der pool aus dem ich sozusagen gegriffen habe unabhängig davon dass ich ja heute alte helden besingen will wie gesagt judas priest ist eine dieser alten helden bands seiten ist auch eine andere dieser alten helden bands und seiten es war es knapp mein zweites album war knapp zwischen seiten und dem was ich jetzt geschwind zeigt und zwar ist das zweite also der zweite platz ist für mich chapel of disease mit diesem langen titel and as we have seen the storm we have embraced the eye es ist death metal deutscher death metal und chapel of disease haben mich damals umgeblasen weil auch beim death metal death metal langweilt mich zu tode ist ziemlich stagnativ hört sich alles gleich an auf hohem niveau die können alle was wie zu sagen wie gesagt heute kann jeder irgendwas aber es hört sich alles gleich an die bands sind beliebig geworden hier nicht es gibt da eben diese dreifaltigkeit von der ich auch schon öfters gesprochen habe chapel of disease so vor aeon und wenn einem und die haben mich damals mit all ihren ergüssen sozusagen überrascht aber von dem hier war ich am überzeugtesten weil hier ist wirklich etwas sinniges passiert oder etwas fast unmögliches passiert hier ist eine band die death metal zockt aber das ganze mit hard rock verbindet also eine sache wo man denkt das geht nie zusammen weil was dann vielleicht die death metal parts mit dem blast beets und den graus und dann geht es vielleicht um dieses ruhigere gewässer wo der hard rock so schön diese hard rock skills nebeneinander neben dem death metal gebrülle irgendwie existieren das ist hier nicht so sondern hier wurde das hard rock feeling sozusagen als blaupause genommen und wurde im endeffekt nur aggressiver oder death metallischer angereichert und natürlich mit diesem mit diesem ich weiß gar nicht wie er heißt der sänger und das war ja auch ein kritikpunkt von vielen dass man sagt dieser dieser gesang die soll dass natürlich sagen hier der passt gar nicht mehr zu der eigentlich dargebotenen musik aber im endeffekt schon man muss sich vielleicht ein bisschen reinhören und natürlich wenn da jetzt ein anderer gesang dabei wäre dann wäre das irgendwie dann wäre es zu arg rauer hard rock gewesen irgendwie also dass diese stimme dieses dieses eher graus kann man das ja fast gar nicht nennen dieses ja bittere diese bittere stimme sage ich jetzt mal über diesen hard rock das metal zu legen ist eigentlich schon dass die stimme mag limitiert klingen und mag auch limitiert sein dass metal stimmen sind meistens limitiert aber hier entsteht da ein gesamt konstrukt ein gesamt kunstwerk das mich doch sehr sehr schwer beeindruckt hat 2018 hier und mal schauen wie es da weitergeht ich habe jetzt keine neuigkeiten über die band aber ich hoffe natürlich ähnlich wie bei venenum dass da noch mal irgendwie was was nachkommt und hat aber auch nichts dazu beigetragen dass die death metal sache nicht stagniert auch wenn hier so vor er und venenum und wahrscheinlich auch noch die ein oder andere band die ihr jetzt wahrscheinlich besser kennt als ich vielleicht auch noch eine innovationsarbeit geleistet hat ja ist es bei mir funktioniert das eigentlich meistens nie so dass man so sagen kann gefällt dir das dann gefällt dir auch das das hat bei mir noch überhaupt nie funktioniert ich bin komplett anderer musikhörer als jeder den ich eigentlich zumindest kenne wie gesagt ich höre jazz und ich höre chapel of disease und ich stehe auf prog rock und ich stehe auf prog metal aber ich stehe auch viel prog metal nicht und auch auf viel dieser genannten nicht also bei mir funktioniert das nicht dass man sagt auch wenn du die band geil findest dann hör dir doch mal die band an das könnt ihr gleich vergessen funktioniert bei mir nicht hat noch nie funktioniert egal spaß beiseite gehen wir mal weiter wie jetzt habe ich das alles genannt ja und jetzt fangen wir an mit meinem lieblings album bevor ich dann noch ein bisschen was zu den alten helden sagt mein album des jahres 2018 kam am 14 september auf frontiers records raus und jay rasten hat es produziert und es handelt sich um das 24 studio album der alten helden jura hieb living na komm her komm her living the dream und ja das interessante an der sache ist ja dass viele leute überhaupt nicht wissen viele leute kennen natürlich uriah heep das ist ja auch eine relevante band wenn es so in den 70er jahren anfang der 70er jahre losging mit diesem proto metal ding black sabbath die purple led zeppelin uriah heep wird immer genannt und ich habe das auch in meiner epic metal sendung gesagt uriah heep ist auch ein großer vorreiter für den epic power metal rainbow ja auch und so weiter und viele wissen halt gar nicht mehr dass uriah heep niemals weg war ähnlich wie die purple haben die immer abgeliefert also regelmäßig da war kein großer gap dazwischen so alle zwei drei vier höchstens fünf jahre kam ein album raus nur die wahrnehmung hat sich natürlich unglaublich verschoben früher in den 70ern war uriah heep eine große band in den 80ern hatten die 70er jahre bands sowieso immer irgendwelche probleme und sind dann ein bisschen so spezielle wege gegangen aber und über die 90er hinweg waren die eigentlich fast gar nicht mehr auf dem schirm gewesen aber wie gesagt die purple nie weg gewesen und deswegen 24 das 24 studio album und uriah heep ist eine band die ist natürlich durch wahnsinnig viele höhen und tiefen gegangen aber ich könnte jetzt nicht über uriah heep sprechen wenn ich nicht über den tod von john lorton vor jetzt knapp ich weiß jetzt nicht ja doch das video erscheint jetzt am dienstag vor knapp zwei wochen oder vor eigentlich schon zwei wochen john lorton tot gefunden wurde in der presse steht er ist überraschend verstorben aber mit 74 sind wir mal ehrlich kann es nicht so überraschend sein dass er trotzdem fit war und sich vielleicht zu bett begeben hat und so weiter das mag ja alles sein aber mit 74 mag es schon überraschend sein weil er ja noch rüstig war und fit aber mit 74 stirbt man nicht einfach mal so komplett überraschend wenn man mit 25 umfeld dann ist es wahrscheinlich eher überraschend nun ja auf jeden fall john lorton war nur bei drei studio alben in den 80er jahren in anfang der 80er jahre beteiligt und an einem live album und bekannt wurde er aber oder mehr bekannt vielleicht als bei uriah heep ist er eigentlich bei sänger von lucifers friend gewesen von dem debüt von lucifers friend und da haben wir also auch wieder im proto metal bereich es war eine deutsche band lucifers friend aber john lorton den hat man sich dazu geholt weil viele deutsche bands auch krautrock bands darf damals dazu geneigt haben sich englischsprachige also muttersprachler zu holen als sänger damit das nicht ganz so ins gewicht fiel dass sie eben ja man hat eben man hört eben diesen deutschen diesen deutschen unterton auch bei den englisch das hat sich erst im laufe der zeit dann verändert aber man hörte damals noch da war das jetzt noch nicht so dass jeder eigentlich englisch aus dem ff gesprochen hat oder als zweitsprache oder auch verstanden hat so wie wir es heute eigentlich kennen und dann hat man sich eben die englischen sänger geholt und lucifers friend write the sky also dieser song wenn er lucifers friend nicht kennt mit diesem ikonischen cover auch mit diesen zwei sehr merkwürdigen gestalten ich blende es euch gerade ein ja das ist auf jeden fall das darf in keiner sammlung fehlen wenn er auf proto metal steht ein ziemlich hartes album für die zeit und eigentlich der eins der härtesten album alben zu dieser zeit der frühen 70er jahre steht black sabbath und in rock von deep purple an härte in nichts nach sondern eher im gegenteil also ist auf jeden fall ein wichtiges proto metal album john lorton von uns gegangen und wir verlieren ja mittlerweile also ja klar jetzt kommen die musiker alle in ein alter wir haben über die letzten zehn jahre 10 15 20 jahre wahnsinnig viel verloren aber es scheint das rad sich immer schneller zu drehen und jetzt kommen halt auch wirklich fast alle musiker dann in den bereich rein dass es eben gefährlich wird und das ist eben genau das was ich meine hier dieses album erstens mal worüber ich sprechen könnte in es liefern ja nicht nur uriah heep derzeit von den alten helden also von den 70er und frühen 80er jahre bands die sich vielleicht wieder zusammenschließen oder wie uriah heep nie weg waren ist es ja so dass wirklich die u60 und fast schon u70 leute abliefern das ist nicht nur uriah heep das ist nicht nur die purple es ist magnum es ist kansas es sind so viele sticks jetzt neuerdings es sind so viele hardrock hardrock was allen die wirklich jetzt schon in einem erlesenen alter sind die nicht irgendwie was altbackenes machen irgendwie was einfach nur mal hier rauskauen sondern denen ist die musik so wichtig dass sie wirklich wirklich so ein brocken das ding hier ist schwer es ist heavy es ist natürlich hört sich das nicht mehr so an wie die uriah heep die man mit david byron gewohnt ist denn es ist ja auch fast niemand mehr von der besetzung übrig mike box ist der letzte der gitarrist der noch über ist aber bernie shaw der sänger ist jetzt auch schon seit 1986 dabei aber eben 16 jahre 16 jahre kam man ohne ihn aus also die 70er jahre uriah heep hören sich natürlich dann doch anders an mit ihrem david byron der ja so der einer meiner lieblingssänger ist ja so dieses theatralische demons and wizards ding eben auch so diesen diesen vorbereiter des des power metal des epischen metal ist es hier nicht sondern hier ist es schon eher dieser schwere heavy rock hardrock der extra klasse und uriah heep erreichen das natürlich auch dadurch dass sie eine band sind die sind zusammen im studio also die schicken sich keine files hin und her das ist natürlich heute verlockend und es ist auch gut dass man das kann mit sicherheit aber das neigt dann da neigt man dann eben auch dazu ein bisschen etwas seelenloseres zu bekommen und dieses album strotzt eben von dieser organik von diesem organischen band gefüge dass man eben spürt wenn eine band zusammen im studio auf und wie es rush zum beispiel auf ihr auf ihr clockwork angels auf dem letzten album eben auch wieder für sich entdeckt haben und sich gefragt haben warum haben wir das eigentlich nicht die ganze zeit gemacht und mit glockwork angels dann eben auch noch mal so einen richtigen geilen hardrock brocken raus der eben organisch klingt und die bands sollten wieder anfangen nicht einfach nur die technischen möglichkeiten zu nutzen sondern eben auch oder die bequemlichkeit auch zu haben sondern eine band besteht daraus das sind drei vier fünf oder sechs leute die gehen zusammen im proberaum die zocken die musik die entwerfen die musik dann gehen sie ins studio zocken und entwerfen die musik da spielen sie nehmen sie auf und ja und und so entsteht ein organisches gefüge und hier eben live eingespielt im studio noch und in dem alter ja wenn man jung ist und 20 und vielleicht sogar in einer wg wohnt und was was die meisten bands weit auch nicht mehr tun was aber früher ganz normal war für bands dann klingt dann dann entsteht da was ganz anderes und ich glaube daran die heutige musikindustrie und die heutige musiklandschaft die krankt an vielen dingen aber vor allem krankt sie eben auch daran dass man eben heute nicht mehr zusammen irgendwie nimmt eine band entwerfen muss sondern hey ich kenne da jemanden in australien den den mit dem kann ich chatten der hatten studio zu hause der spielt mir das schlagzeug ein das ist alles super gut aber es fehlt dann dem der der heutigen musik eben alles klingt gleich das habe ich auch ich wiederhole es immer wieder es klingt alles gleich alle greifen auf den gleichen soundpool zurück wenn sie da in ihrem home studio das schlagzeug einspielen und gar nicht mehr wissen vielleicht wie die instrumente wirklich klingen weil alles irgendwie von von cube oder von cubase sozusagen draufgelegt wird und eben diese sounds immer dann eben auf die gleichen sounds zurückgegriffen wird was man den produktionen dann eben mittlerweile auch anhört und früher in den 70er und 80er jahren war jede band an ihrem sound an ihre ihren phrasen an den gitarren riffs am gesang sowieso zu erkennen an der produktion die es sich immer ein bisschen voneinander unterschieden hat und dieses handmade ding und ich habe es auch wieder hier die parallele zu filmen wenn du alte horror filme anschaust aus den 70er 80er jahren da hast du einfach gemerkt dass die szene noch da wurden die puppen noch mit liebe gebaut da wurde sich überlegt wie kann man das so realistisch wie möglich hinbasteln da waren kreativ arbeiter irgendwie am merk am werk und nicht irgendwelche it spezialisten die dir das irgendwie schnell am computer hin hin klatschen das hat alles seine vor und nachteile aber in der musik zum beispiel ist die technik so gut sie ist wenn man sie aber nicht vernünftig nutzt kommt eben dieses ganze sterile gekäse raus autotune ist zum beispiel auch das fast jede band arbeitet heute mit autotune und entzählt sozusagen die musik dass jedes jede kleine abweichung vom takt irgendwie auf den rhythmus gezogen wird dass du selbst leute wie aussie osborn die nicht mehr ihren eigenen namen sprechen können auf der auf der auf dem album dann sich anhören wie mit 20 als hätten sie immer noch diese goldene stimme das ist alles studio gemacht und natürlich kann man dinge unterstützen das ist auch gar kein problem aber wenn die technik im vordergrund steht in den 80er jahren haben wir das gehasst wie gesagt in den 80er jahren konnte ich noch nicht mal keyboards leiden wie ich immer so schön sagt dieser schöne spruch keyboards stellt man nur auf die bühne um sie in die luft zu jagen statt übrigens von wennem den habe ich mir geklaut und den habe ich seitdem auch nie wieder vergessen und heute stehe ich auf keyboards aber was damit gesagt sein soll ist ganz einfach gitarre bass schlagzeug ende der geschichte und heute kommen so und alles was so techno und elektronik betraf das haben wir früher gehasst und heute scheint jedes egal auch heavy metal album einfach nur vor techno und technik und und computer musik zu strotzen und das widerspricht eigentlich dem heavy metal wie ich ihn kennengelernt habe wie ich ihn immer noch schätze und warum ich ein bisschen ja old school ist auch so ein begriff den ich eigentlich im endeffekt überhaupt nicht mag aber dieses old school dieses old school feeling des unperfekten des dreckigen des räudigen des des individuellen eben heutzutage unglaublich vermisse in allen musikrichtungen übrigens aber dann natürlich auch immer froh bin wenn 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 das durchbrochen wird eben von bands wie uriah heep und was dann das nächste problem ist dass bands wie uriah heep dieses album wurde doch crowdfunding zum beispiel produziert oder beziehungsweise ermöglicht wenn wir leben in einer zeit wo eine band wie uriah heep oder die purple oder wie sie alle heißen nicht mehr von ihrer musik leben können und es auch kein plattenlabel mehr kein keine kohle mehr springen lässt damit also das mit dem studio gehen können um ein album einzuspielen und auf der einen seite eben auch was das positive dass es überhaupt möglich ist dass die fans sagen hey das ist uns wert wir geben geld wir wollen neues uriah heep album haben aber auf der anderen seite zeigt es ganz genau und und zieht eben die maske weg wie wie armselig und erbärmlich unsere ganze musiklandschaft geworden ist dass das bands große bands gar nicht mehr dass sie sozusagen die fans anschnorren müssen um überhaupt musik machen zu können das finde ich das finde ich krass und das ist ja das ist ja nicht das einzige beispiel es gibt es auch bei filmen also dass die das kultur kunst und kultur heute so wenig eine rolle spielt und gerade in dieser corona pandemie haben wir das ja gesehen ich glaube kein westlicher staat also ich meine ich kann jetzt wirklich auch nur von deutschland sprechen und dem was man mitbekommt die haben sie einen scheißdreck dafür interessiert für ihre künstler und kultur jetzt mal die die ganzen snobbistischen künste ausgenommen und so weiter so das ist ja eben das mit kunst wer kriegt subventionen was deklariert der staat als kunst und sagt hey du bist ein schriftsteller wir geben wir geld hey du bist ein metaller nein du machst keine kultur du kriegst kein geld ich überziehe das jetzt ich mache das wirklich absichtlich jetzt ganz ich ziehe das runter also nur als das ist nur ein beispiel wie man eigentlich damit verfährt also wer entscheidet was kultur ist was kunst kann und was kunst soll und ob kunst überhaupt einen wert hat und dass sie gar keinen wert hat für unsere heutige gesellschaft und außer für diejenigen die jetzt musikhörer sind oder die gerne ins theater gehen oder sonst irgendwas also die betroffen und die künstler natürlich selber die ja klagen und zurecht klagen aber massenkonzerne milliarden konzerne konzerne gegen noch mehr steuergeld in ihren fetten popo gepumpt und ja ich will politik raushalten aus dem ganzen scheiß und aus der musik und aus dem sender sowieso aber ihr wisst es alle selber und man muss darüber auch manchmal einfach reden und sein unmut kund tun so jetzt habe ich euch zugeballert mit ein haufen text wer auf classic hard rock steht wer die ganzen alten helden damals in den 70ern gefeiert hat da ist keine konzession an irgendwas modernes gutes crowdfunding ist was modernes aber hier sind die sind die jungs ins studio gegangen und haben ein hard rock hard rock knaller rausgebrüllt der der in nichts den großen werken von uriah heep nach steht es ist nicht mehr dieses david byron opernhafte dieses theatralische sondern es ist eher erdig es ist solide aber es ist eindeutig uriah heep und natürlich hat sich die band weiterentwickelt ich meine es ist das 24 studio album nochmal und natürlich hört sich die band nicht mehr an wie auf den ersten fünf das will sie auch gar nicht und das soll sie auch gar nicht aber sie sind nicht weit davon entfernt sie sind sie haben sich nicht sie haben nicht in anderen stil plötzlich angefangen oder angefangen experimente zu machen und trotzdem wiederholen sie sich sie wiederholen sich nicht und sie hören sich immer noch an wie uriah heep fetter und hier auch mit barbocky parts und so weiter ist das hammond orgel ist dabei die gitarre songwriting ist gut gerade hier hier take away my soul zum beispiel oder ja take away my soul das ist so diese single dann ist hier noch eine dvd drauf making us making of und ja ich empfehle all den den leuten die auf ehrliche auf ehrliche und ich betone ehrliche früher war heavy metal mal dafür gestanden ehrliche musik zu sein ist er nicht immer ist er heute nicht immer in teilen schon aber hier bekommt der ehrliche musik guten rock guten hart rock harten schweren heavy rock von uriah heep von einer legende deswegen mein album des jahres 2018 und damit verabschiede ich euch wir sehen uns morgen bei 2019 und dann nähert sich das ganze ja hier der dritten staffel wie es immer sagt dem ende ich werde dann noch aber dazu was sagen was das alles zu bedeuten hat und wie es danach weitergeht bis dahin also bis morgen 2019 keep on rockin play play it loud